Kannst du ne bestimmte Anzahl an Dienern haben? Moment. Eins, Drei, Vier, Fünf... Sieben... Zwölf. Das reicht nicht. Bluuuup. Bluuuup. Was reicht aber hier alles für? Das ist ein Penhai, aber echt. Gib mir eine Minute, jetzt kann ich wieder einen spawnen. Jaaaa! Fick dich. Ja guck, du hast auch einen Spottmonster, stell dich nicht an. Hm. Spiel doch was das. Ah. Gurubashi-Berserker. Hm. Hm. Ich und Herr weiß ich. Na? Na? Voll in der Fickmühle. Voll in der Fickmühle, nicht klar. Äh, 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 äh. Gurubashi-Berserker. Das war eine Überraschung für dich. Jaaaa. Das war's. Das war's. Nur ich und Herr Beißerchen. Ich und Herr Beißerchen. Mann, Mann, Mann. Das ist wieder ein Spiel, ne? Äh, 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 äh. Ich und Herr Beißerchen. Hm. Und ich hab verloren. Jaaa. Achso. Mir hat meine Spottkarte gefehlt. Aber wieder so ne rein knappe Sache. Ey, immer deine Scheißrüstung, ey. Hätt die, hätt die jetzt grad nicht eingesetzt, hätt ich gewonnen. Mhm. Ah, das war wieder ich, ey. Gewonnen. Man muss sich auch Glück haben. Manchmal musst du Glück haben. Aber überleg mal. Nachdem du das erstmal alles reingehauen hast, da. Äh, das ist ein reiner Schuss. Ich hab keine Verteidigung. So, eigene Packs, los geht's. Mhm. Nein, ich hab Basic-Pack wieder. Aber dass ich das dann hingekriegt hab, dann trotzdem noch Platz zu machen. Naja, dieses scheiß Rüstungszeug. Das ist, weil ich, kam auch wegen Ansturmen, den ich hatte. Ja, Ansturm ist gar nicht so schlimm, dass du da drum kommst. Es geht immer, weil du immer doppelte Rüstung bekommst. Mhm. Basic-Deck hast du wieder, das sieht man. Warum? Warum? Oder? Ja, hab ich gemacht. Nee, nicht. Siehst du gleich. Siehst du gleich, wenn du dann... Siehst du an den Karten dann schon. Weil die so super sind, die Karten. Mhm. Und wenn ich mich wieder 3000 Mal... Oh. Aufregen muss. Aaaaaaaaaaah! Mhm. Aber nicht einschlafen, ne? Ach, das geht ja nicht. Mhm. Äh. Ich hab zum Beispiel keine Nachtklingen bei mir drinnen. Keine einzige, wie ich weiß. Mhm. Achja. Ja. Manchmal, aber nur manchmal. Und der Flash ne Klatsche. Nee, die hast du. Nee, du. Ja. 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 Penner Arsch mit Ohren Ich sitze hier mit den Karten, das ist unglaublich Ich glaube, ich hätte mal das Kriegerpack jetzt nehmen müssen, das zweite Oder reine Magie Mhm, reine Magie 15 Zauberkarten drin Ja Na, vergnüge dich aber mit dem ne Runde Ja Du musst mich angreifen Ach ja, ich hab Spott Fick dich ins Knie Spott dir selber den Arsch Nö Das machen, was du willst Ja, du mich auch Komm schon Drück 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 Ja Und zwei Wieder weg Tu mich auf Malalalalala das auch machen wir die landschaft was ist mit ihr offen ihren ganzen saftladen man nimmt schon macht als essen so kaputt die ganzen einblumen und den donk bewegen doch kurz auf die die wasserrutsche da machen kippen kommt was rund das die wassermühle Ja. Ne, nicht da, mein. Achso, da unten. Achso, da. Ja, jetzt wachsen neue, komische. Ja, ab und zu weg. Komm, du bist dran. Achso. Ich hab noch die für dich im petto, ich hab noch die für dich im petto. Das war ein Fehler. Nix. Dass ich's so mache? Ja. Mich auch. Oder reiner Ansturm, wie findest du das Pack? Alles nur mit Ansturmkarten. Ist klar. Oh, das hätte was. Reiner Ansturm. Höhöhöh, reiner Ansturm. Haha. Schlechten Witze wieder ausgesprochen. Na, haben wir ein Spot-Monster noch? Na. So. Ne, leider nicht. Ich glaube, ich glaube. Ich hab verloren. Weil du nicht angriffen kannst. Ja, ist schon wieder so knapp. Der gehört mir. Ich mach vielleicht noch so. Dann mach ich noch so. Ja. Na, 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 na. Aber wie knapp das ab und zu mal wird, ne? Ja, aber nur ab und zu. Manchmal ist auch... Ich fand das letzte Mal geil. Na ja, im Moment ist das recht viel mit dem knapp werden. naja weil ich magien nehme ich muss mal wieder anderes greife im monoc zusammen und du halt die schnauze was keine ahnung nicht gleich ja war wieder gleich gegen den hast du kaum chance weil seine scheiß fähigkeit damit ja extra rüstung die geht mir auch ins wehen ja oh die karte ist eigentlich wirklich gut aber die tauscht sich alle gerade aus kann ich alle nicht behalten ich habe angefangen habe ich nicht wieder meine lieblingskarte wo ich ein extra mana bekomme ich auch gemeine ist benachteiligt und christian so einen schwulen bonus naja dass wir es aber nichts machen kann schon wieder nichts bei dir los aber jetzt kannst du doch was machen richtig kenne auf jeden fall zumindest zwei rüstung verbrauchen kann sein aber du hast ein monster sehe ich doch jetzt schon an den griffigen fingern da ja ja komm jetzt kannst du auf hell tun was das hier komische ax da